Musik Mein Name ist Johanna Merta, ich studiere an der Heinrich-Hein-Universität in Düsseldorf und nehme an dem Bildpartenprojekt teil, das eine Zusammenarbeit zwischen der Heinrich-Hein-Universität und dem Museum Kunstpalast ist. Ich habe mich für das Werk von Walter Oper entschieden mit dem Titel Parkwege, weil dieser Künstler noch nicht so bekannt ist und ich dort die Herausforderung sehe, ihn auch wirklich erfolgreich zu bewerben.